Aus bisher noch unbekannter Ursache kam es am Samstagabend zu einer Explosion in einer Heizungsanlage in einem Einfamilienhaus im Löbauer Ortsteil Kittlitz. Dabei wurde ein 60-Jähriger schwer verletzt, zwei weitere Bewohner hatten Glück im Unglück und blieben unverletzt. Der Schaden am Haus wurde vorerst auf ca. 100.000 Euro geschätzt, es ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei muss nun ermitteln, wie es zu der Explosion kommen konnte.